Heute geht es weiter mit unserem Thema, wie Paulus als junger Christ seine Brüder erlebte. In Jerusalem war es für den jungbekehrten Paulus gar nicht so einfach. Die Bibel berichtet dies offen und ehrlich. Apostelgeschichte Kapitel 9 Vers 26 ist ein trauriger Satz. Als Paulus in Jerusalem ankam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Er wollte sich ihnen anschließen, aber sie glaubten nicht, dass er ein Christ geworden ist. Und sie hatten Angst vor ihm. In Damaskus hatte Paulus bereits von Jesus Zeugnis abgelegt, sodass man ihm nach dem Leben trachtete und er in einem Korb fliehen musste. Die Gemeinde in Jerusalem wollte ihn aber trotzdem nicht aufnehmen, sodass er zunächst am dortigen Gemeindeleben nicht teilnehmen konnte. Wir wollen natürlich an dieser Stelle nicht unfair gegenüber den Jerusalemer Christen sein. Wir dürfen schließlich nicht vergessen, dass Paulus der Erzfeind der Gemeinde war und viele Gläubige direkt oder indirekt von seinen Verfolgungen betroffen waren. Es war richtig, vorsichtig zu sein. Vielleicht dachten sie auch, dass Paulus seine Taktik geändert hätte. Nicht mehr der brutale Konfrontationsangriff, sondern von hinten herum, schleichend, erst freundlich tun, sich als Christ ausgeben und dann die Christen gefangen nehmen. Aber ihre Vorsicht musste durch den Geist der Liebe Jesu gemäßigt werden. Wo taucht dieser Geist Jesu auf? Sehen wir uns Vers 27 an. Barnabas aber nahm ihn auf. Ist Vers 26 eher ein trauriger Vers, so ist Vers 27 ein freudiger Vers. Gott sei Lob und Dank! Es gab ein Barnabas in der Jerusalemer Gemeinde. Dieser Barnabas nahm den Paulus auf. Dieser Mann stach aus der Gruppe der Jünger hervor. Er ist somit ein Vorbild, auch für uns, wie wir jüngeren Christen begegnen sollten. Versetzen wir uns für einen Augenblick in die Lage eines neuen Besuchers in der Gemeinde. Wir können uns vorstellen, wie schwer es ist, den ersten Schritt über die Gemeindeschwelle zu tun. Doch sollte eine Gemeinde der Ort sein, an dem es am einfachsten ist, Anschluss zu finden. Besucher sollten immer herzlich willkommen geheißen werden. Natürlich kannst du als Gemeindemitglied nicht mit jedem neuen Besucher sprechen. Aber wenn du dich darauf verlässt, dass die anderen aus der Gemeinde das tun, kann es gut sein, dass niemand auf den Besucher zugeht und ihn begrüßt. Was ist die Folge davon? Der Gast verlässt, frustriert die Gemeinde und wird vielleicht so schnell keinen neuen Anlauf wagen. Es sei denn, es gibt einen Barnabas. Ja, viele Barnabasse unter uns. Viele in der Gemeinde gehen davon aus, dass nur der Prediger der Barnabas sein muss. Er steht doch vorne und begrüßt alle. In manchen Gemeinden verabschiedet er auch noch jedes Gemeindemitglied am Hauptausgang. Doch die Willkommenswärme einer Gemeinde ist keine Wärme, die nur von vorne kommt. Es ist eine Wärme, die von vorne und von hinten, ja von allen Seiten auf den Besucher einwirken muss. Gäste spüren es sehr schnell, ob es in einer Gemeinde warm oder kalt ist. Man mag den freundlichsten Pastor der Welt haben und dennoch kann ein Besucher sagen, dies ist der kühlste Ort, an dem ich je gewesen bin. Warum? Weil keine Barnabasse da sind. Die Summe der Freundlichkeit macht die Wärme eines Ortes aus. Was tat Barnabas? Vers 27 Barnabas aber nahm ihn auf und führte ihn zu den Aposteln. Wir brauchen in unseren Gemeinden heute Barnabasse, die einen Blick für Menschen haben, die am Rande stehen. Einen Blick für die Einsamen, für die Interessierten, für die Suchenden und für die Fragenden. Barnabas ist auf Beziehung aus. Gerade in der Apostelgeschichte sehen wir ihn als einen Brückenbauer. Er knüpft Kontakte, er baut Brücken. Erst zu Paulus, später dann zu Jerusalems Tochtergemeinde Antiochia und dann wieder hin zu Paulus, den er nach Antiochia holt und dann natürlich die große Brücke hinaus in die Weltmission. Dieser Brückenbauer Barnabas ging auf Paulus zu. Vielleicht sagte er zu ihm, Hallo, ich bin Bruder Barnabas. Wie heißt du? Lasst uns doch miteinander reden. Erzähl mir doch, wie du zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden hast. Vielleicht hatte Barnabas den Paulus zu sich nach Hause eingeladen, für eine Tasse Tee mit getrockneten Feigen, um mehr von ihm zu hören. Er hatte seinen persönlichen Zeitplan umdisponiert, weil er Paulus aufnehmen wollte, auch wenn dies eine Bürde war und Geduld und Zeit erforderte. Barnabas war ein Mensch, der gerne Dinge beiseite legte, um sich seinem Gegenüber zu widmen. Er sah in jedem Menschen eine kostbare Seele vor Gott. Was heißt das für uns und für unsere Gemeinden? Wir brauchen einen Barnabas-Dienst. Jedes Gemeindemitglied sollte nach Besuchern Ausschau halten. Wenn wir uns nur selbst und unsere engsten Bekannten im Blick haben, werden wir niemals bereit sein, in einen Barnabas-Dienst zu treten. Wir müssen den hohen Wert der Begegnung von Mensch zu Mensch erkennen. Unser Dienst an anderen ist wichtig, auch wenn wir es nicht bemerken. Wir sollten uns einander vorstellen. Auf diese Weise können neue Kontakte auch unter Gläubigen entstehen. Vielleicht kommt ein Christ in die Gemeinde. Er ist auf der Suche nach einer Gemeinschaft mit Christen. Vielleicht ist er neu hinzugezogen. Wir dürfen die Bruderhand reichen. Wir dürfen uns freuen, dass die Liebe unseres Herrn Jesus Christus uns mit allen Kindern Gottes verbindet. In der Apostelgeschichte 2 heißt es, dass die, die gerettet sind, hinzugetan wurden zur Gemeinde. Glaubt jemand an Jesus, ist er von Neuem geboren, so ist er bereits ein Glied der Gemeinde unseres Herrn. Wir dürfen uns darüber nur freuen. Die Bruderhand reichen. Wie schön ist es, einen neuen Christen in der Gemeinde willkommen zu heißen. Oder jemand, der dem Glauben nahesteht, der Hilfe braucht, der wirklich Begleitung braucht, diesen entscheidenden Schritt zu Jesus hinzutun. In der Gemeinde sollte jeder Mensch wirklich Liebe spüren. Jeder Mensch sollte erleben, was echte, tiefe Gemeinschaft und Verbundenheit in Jesus ausmacht. Wir leben in einer kalt gewordenen Welt. In der Gemeinde sollte die christliche Wärme brennen. In der Gemeinde sollte man spüren, hier sind Menschen, die nicht viel von sich halten, die aber die Gnade Gottes rühmen, die wissen, dass alles geschenkt ist, selbst der Glaube. Wir sind von Gott zueinander gerufen. Wir dürfen Familie sein und gemeinsam dürfen wir auf dem Weg des Glaubens unterwegs sein. Keiner muss allein oder einsam sein. Strauchelt jemand, so hilft der andere ihm auf. Wir dürfen uns fallen lassen, weil wir wissen, hier sind wir aufgehoben. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der Familie Gottes. In diesem Sinne sollte die Gemeinschaft der Christen wirklich anziehend sein. Ein Barnabas. Er baut Brücken. Er sieht über den Kern der Gemeinde hinaus zu denen, die am Rande stehen. Er geht bewusst zu den Menschen hin und begrüßt sie. Hey, möchtest du nicht auch in einen Barnabas-Dienst treten? Vielleicht hat der Herr dir die Gabe der Ermutigung geschenkt. Ich weiß um einen guten Freund, der mir immer ein Barnabas ist. Wenn er schreibt oder anruft, immer ist ein Wort der Ermutigung dabei. Man freut sich und wird im Glauben gestärkt. Für wen kannst du ein Barnabas sein? Stellen wir uns nur mal vor, die Jerusalemer Gemeinde hätte keinen Barnabas gehabt. Wie abstoßend hätte die Gemeinde auf den Paulus gewirkt. Die ganze Kirchen- und Missionsgeschichte wäre vielleicht ganz anders gelaufen. Aber Barnabas knöpft Kontakt mit ihm und führt ihn dann auch in die Gemeinde ein. Barnabas öffnet den Weg für neue Gläubige. Barnabas führt Menschen zu Jesus. Barnabas strahlt die Liebe Jesu aus. Vers 27. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Jetzt hatte Paulus wirklich Raum gefunden in den Herzen der Jerusalemer Christen. Jetzt war er wirklich ein Bruder und er bekam Möglichkeiten, ein- und auszugehen bei ihnen. Er war eingeladen zu Tischgemeinschaften. Er war eingeladen zu Mahlzeiten. Er durfte evangelisieren. Er durfte seine Gaben entdecken. Er ging natürlich zu seinen Leuten, zu den Juden. Hier waren es die griechischen Juden, so heißt es in Vers 29, und er stritt mit ihnen und wollte sie überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Als das dann die Brüder erfuhren, dass die Juden damit gar nicht so einverstanden waren und sie ihm nachstellten, um ihn zu töten, da lesen wir in Vers 30, da brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Sie schützten den Paulus. Ist das nicht interessant? Erst waren sie skeptisch und zurückhaltend. Jetzt aber heißt es, sie brachten ihn nach Caesarea. Erst wollten sie den Paulus nicht aufnehmen. Als aber Barnabas den Christen zeigte, wie man jemanden herzlich integriert, schickten sie Paulus nicht einfach allein fort. Sie brachten ihn nach Caesarea. Das heißt, sie gingen mit ihm. Sie begleiteten ihn. Er durfte bis zuletzt Gemeinschaft mit ihnen erleben. Sie sagten nicht einfach, okay, Paulus, auf nach Caesarea. Stattdessen machten sie sich gemeinsam mit ihm auf den Weg. Was für eine wunderbare Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die trägt. Eine Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig unterstützt und einander nicht vergisst. Was für Brüder hatte Paulus also kennengelernt? Da gab es den zugerüsteten Bruder wie Ananias in Damaskus. Da waren die Brüder, die die Strecke für ihn hielten. Da sind die zurückhaltenden Brüder in der Gemeinde von Jerusalem. Aber da gibt es diesen Bruder, der die Brücke baut, den Barnabas. Zum Schluss gibt es die begleitenden Brüder, die ihn unterstützen. Die Frage bleibt, für wen kannst du ein Bruder oder eine Schwester sein? Bete darum und dann schaue dich um. Vielleicht will Gott dich heute rufen, dass du in einen Barnabas-Dienst eintrittst. Gott will dich gebrauchen. In deinem Umfeld sei gesegnet. Amen.